ja hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir diesmal zu Minecraft ja das ist ein Let's Show wieder ähm diesmal zu keiner Militärbasis oder sonst was ich habe mir vor äh sagen wir mal so jetzt mittlerweile so 6 Stunden habe ich mir meine ähm eine kleine RPG Welt zusammengebaut ähm die möchte ich euch jetzt zeigen vorab sie ist noch im Entwicklungsstadion äh Entwicklungsstadion ähm das heißt ich werde öfters Videos rausbringen und die dann zeigen wie sie sich entwickelt hat jetzt ist sie gerade noch im Aufbau ähm aber ich bin schon relativ weit gekommen für 6 Stunden und ja dann gucken wir uns die ganze Sache mal an wir haben hier schon ein Beispiel zum Beispiel so eine kleine Brücke die zum Urwald führt der Urwald wird auch noch bearbeitet also der bleibt nicht so da wird noch etwas gebaut ich hoffe dass ich da irgendwie äh so ein Tempel finde die es ja jetzt gibt und ja hier haben wir halt die Brücke und dann haben wir schon mal diesen Weg ja ziemlich spektakulär noch dann gehts da hinten da wird wahrscheinlich noch äh da hinten irgendwie so eine Kirche und kommen wir zum zum Friedhof weil dieses Biom eignet sich einfach perfekt dafür weil es so einen ja so einen dunklen Look hat irgendwie gerade bei diesem Techno Pick was ich richtig richtig dann haben wir hier eine Windmühle ähm das Feld ist ohne Wasser gemacht was ich besser finde von dem Feld äh die Häuser sind alle noch nicht eingerichtet das wird alles noch kommen ich habe jetzt nur die Grundgebäude gebaut und ähm ja das ist halt das Feld mit der Windmühle wir können sie auch nochmal die ganzen ähm Gebäude nochmal innen angucken ist aber nicht eingerichtet wie gesagt dann zu meiner hinteren Hälfte Marsch ist das Radhaus was ich persönlich richtig nice finde das ist mir ziemlich gut gelungen das ist das Radhaus ist auch noch nicht eingerichtet kommt alles wirklich noch so sieht es innen aus in der ersten Etage ist die Decke finde ich eigentlich ziemlich neust ähm mit einem kleinen Teich und Blätterchen hier ähm oben bei so einer zweiten Etage ist auch noch nicht viel eingerichtet also gar nichts eigentlich ja trotzdem relativ nice jetzt bin ich jetzt muss ich das hier nochmal korrigieren so ähm ja dann gehen wir mal weiter hallo cool ja ich hab dich gehauen so dann kann man uns nochmal die Mühle angucken Mühle so sieht das innen drin aus hier mit diesem Mühlwerk ich glaube so heißt das Mühlwerk ein paar Kisten nichts drin Workbench und da oben ist halt dieses Ding rüber zum äh Wind Schuh gedöhnt zum zu dem da äh das dann was sich immer so dreht und Wind einfängt und dann dreht sich da die Mühle raus so gehen wir mal weiter und spring dann haben wir hier ähm ein weiteres Haus das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so schön aber ist auf die Schnelle entstanden mit so einem kleinen Teich hier vorne und auch so ähm ist auch noch nicht eingerichtet so sieht das aus na das ist meine Etage Etage gibt es auch noch etwas aber nicht viel ein Bettchen ein Tisch sehr einsam der Tisch ähm aber ich werde erstmal das Dorf äh so ein bisschen fertig bauen sage ich mal so es soll noch ein bisschen größer werden das soll zum Beispiel hier hinten habe ich noch eine Markierung gemacht da soll noch ein Haus hin und warum leckt das jetzt so mein PC träge ich gerade richtig frei finde ich schön habe ich die Sicht mit ne das ist noch nicht da soll halt noch ein Haus hin und auf der anderen Seite vielleicht auch noch eins und dann geht das da hinten noch so ein bisschen weiter muss ich mal gucken und ich sehe gerade dass dieser Uweil sich extrem weit streckt das bietet sich vielleicht ziemlich gut an so gut dann gehen wir mal weiter ja nun ja ich habe noch die ganzen Bäume hier ähm gepflanzt und da die Wachsenheit und Wachsen und Wachsen und Wachsen und Wachsen das ist nicht normal so dann haben wir hier hinten so ein bisschen versteckt im Wald obwohl versteckt nicht weil da hinten fehlen noch Bäume kommt alles noch die Schmiede da habe ich Schmied geschrieben Waffen und Werkzeuge auch ganz schnuckelig eingerichtet mit dem Hühnchen ähm ja mit Ofen halt Werkzeug an der Wand ne Karte warum auch immer Braucher auf jeden Fall das ist ganz wichtig für den Schmied Merkbench und Ofen Amboss Kühlwasser für das Stahl also Schlafzimmer auch ganz äh simpel aufgebaut und eingerichtet ähm das ist das einzige Gebäude was eingerichtet ist derzeit obwohl ne nicht das einzige es gibt noch eins wo wir gleich hingehen ähm dann geht es hier auf jeden Fall noch so einen Weg nach oben der raus aus der Stadt führt der wird auch noch wohin führen wohin weiß ich allerdings nicht genau auf jeden Fall hat sich das Angebot mit dem mit dem Berg hier und mit so einem Wald hier und so schön dunkel und düster und dann hier so ein Wald äh so ein Weg durch ja hier kommt auf jeden Fall auch noch ähm statt hin so ein bisschen und mal gucken ob ich da auch noch weiter baue ist ein bisschen in der Wüste mal gucken muss ich noch wissen äh ja muss ich noch wissen muss ich noch gucken wie ich das mache und wo ich nach Langbau warum leckt das so ich hasse diese 1.2.1 1.5.2 Version die hat immer so einen Ruckler bei mir dran das ist echt nicht normal so hier ist Ende der Straße die wird auch nicht weiter führen das sei denn ich baue da drüben noch eine Mine rein aber ich glaube das wird sich nicht anbieten warum seht ihr jetzt und zwar habe ich mir diesen Berg hier ausgesucht für eine Kleinigkeit ähm die ich unbedingt mal bauen wollte in so einer RPG Welt ähm passt zwar nicht ganz ins Konzept rein aber weiß ich nicht und ich werde das wahrscheinlich auch noch ein bisschen nach hinten verlagern also irgendwie da hinten hin oder so weil es ist doch ein bisschen sehr nah an an der Stadt dran aber ich wollte es einfach mal mit einbauen weil ich finde das passt irgendwie dazu und was ich mir da eingefallen lassen habe was ich unbedingt da hinbauen wollte und gewachsene Bäume ist das hier auf den ersten Blick sieht man nicht viel oder erkennt man nicht viel aber das hier ist ein Hexenhaus ähm warum Hexenhaus keine Ahnung ich habe mir vor kurzem Hänsel und Gretel Hexenjäger angeguckt und seitdem will ich irgendwie so ein Haus nachbauen und weiß ich nicht das passt irgendwie dieser Berg hier guckt überall alles so rüber dann musste ich einfach hier ein Hexenhaus nachbauen und hier steht auch schon komm nur herein mit Absicht falsch geschrieben weil Hexen sind halt strohdoufe Tiere ja ich sehe sie nicht als Menschen an oder so das ist einfach nur hässige Kreaturen ähm hier haben wir halt diese Hütte das war mir ganz wichtig dass dieses Holz nicht immer nur in eine Richtung zeigt sondern weil so ein Hexenhaus ist meistens wenn die im Wald gebaut sind immer so aus verzweigten Ästen und so und das soll halt so ein bisschen das darstellen und so und ja hier sieht man halt auch schon die ganzen Tränke und der Brauchstand und der Kessel und noch ein Kessel der gerade auch so ein bisschen äh schäumt also äh nicht schäumt sondern ähm diesen Rauchrafen abwürft den jemand man so kennt leider kann ich hier kein Feuer machen weil eigentlich wollte ich das da unten mit Feuer machen aber es geht halt nicht weil hier alles halt aus Dingens ist und eigentlich ist sie auch eine Hexe aber da man die leider nur auf einfach spielen äh einfach spawnen kann ich kann es nochmal zeigen die müsste da die verschwindet immer finde ich extrem scheiße dass die nur äh einfach so sind weil ich will nicht dass im ganzen Dorf Zombies und so rumlaufen das ist doof ja und naja deswegen gibt es halt keine Hexe ähm so sieht das ganze aus und hier wollte ich halt anfangs weil das ist der gleiche Berg wie hier warte Straße da und wollte ich die Straße eigentlich so weiterführen hier durch also die Bäume kommen dann natürlich wieder weg und dann wollte ich hier eigentlich so eine Mine reinbauen aber ich weiß nicht ob sich das so wirklich anbietet mit der mit dem Hexenhaus um drauf deswegen bin ich da so ein bisschen am Zweifel hin entweder lasse ich die Mine weg und baue die irgendwo ähm dahin oder dahinten oder so oder ich pflanze einfach das Hexenhaus ähm ein bisschen weiter weg weil ich finde das wir so ziemlich nah mit dem Hexenhaus an der Stadt dann möchte ich noch ein bisschen gucken wie ich das mache aber ich glaube das Hexenhaus bleibt da ähm und dann muss ich die Mine woanders hin gesellen ja ich finde ich finde das passt einfach zu diesem Berg hier um und wenn dann hier noch die ganzen Bäume gewachsen sind was sie ja einfach nicht tun äh das war's einfach äh zu nah ähm da noch eine hin wenn ich noch eine Tanne hier hin haben so ähm wenn dann hier noch die ganzen Bäume sind dann wird das schon ja wird schon was Schnuckliges hier oben ja das war's eigentlich auch schon wieder mit meiner kleinen Welt hier wie gesagt ich hab nicht viel gebaut ich hab auch nicht wirklich was eingerichtet aber für den Anfang sieht das schon gar nicht schlecht aus ähm ich wollte noch erklären ähm dafür mach ich eigentlich dieses Video ähm warum in letzter Zeit keine Battlefield 3 Videos mehr kommen oder generell keine Videos ähm ganz einfach aus dem Grund ich habe in letzter Zeit ähm ziemlich Probleme mit dem Internet das ist irgendwie von Tag zu Tag immer schlechter und ich hab auch sehr viel ähm ja bin halt sehr viel am zocken und so in letzter Zeit und deswegen brauch ich das Internet und deswegen kommen in letzter Zeit keine Videos aber das Video hier wird heute noch hochgeladen beziehungsweise ich lass über Nacht laufen weil ich hab halt nicht die beste Internetleitung bis dahin mittlerweile und deswegen kann ich die Videos nur über Nacht hochladen ähm dann müsste es eigentlich so morgen in eurer Abo-Box sein ähm ich hoffe euch hat's gefallen ähm ich werde jeden Tag an dieser Map hier weiterbauen und nicht so oft ähm Videos rausbringen weil ich brauch halt schon ein bisschen Zeit um zu bauen und deswegen komm nicht so oft Videos zu dieser Welt aber schon regelmäßig und ja ich hoffe euch hat's gefallen euch gefällt die kleine Stadt hier so und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder haut rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis zum nächsten Mal wieder bis zum nächsten Mal wieder bis zum nächsten Mal wieder